Hallihallo ihr Lieben, da sind wir wieder bei mit Yalazok, mit eurer Engelinchen. Wir machen weiter mit Harry Potter. Geschichte fortsetzen. Nach der Sabotage, wir sind wieder geheilt. Gucken wir doch mal weiter. Wo ist denn unser Geist da? Sag mal wohin. Ich weiß gar nicht mehr, welche Zauber, wie Unsichtbarkeit, Wingardium. Okay. Halt, da lang. Ach, guck mal. Oh. Oh. Wir können ja jetzt wieder einige Sachen... Ein Kessel. Okay. Äh, wo ist er hin? Ach, da hinten. Ach, blind. Pff. In den Speisesaal. In den Speisesaal. Okay. Hm. 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 Buh. Okay. Okay. Dem ersten sind wir doch fertig. Ja, hier, komm. Zack, zack. Flotti. Na. Na. Huch. Hey, ich wollte... Ach, nein. Jetzt haben wir gar nicht unsere Coins alle geholt. Oh. Ach, ich bin mir nicht. Okay. Oh. Hey. Äh. Oh, wir haben auch nur noch einen Leben. Jetzt darf er uns nicht mehr treffen. Oh nein. Okay. Expeyamos. Ach so. Oh nein. Ach, jetzt... Stimmt. Ach, jetzt können wir die Schlangensprache... Alles klar. Hm. So, können wir da jetzt noch mal zu... Und Parselsprache freigeschalten. Oh. Okay. Gut. Da wollte ich zwar jetzt so... Ich dachte, wir kommen noch mal... Jetzt haben wir da echt die ganzen schönen Münzen alle. Wie ärgerlich. Oh, eins von sechs... Von was denn? Weingläser. Okay, das glitzert so... Ach, guck mal, hier ist eine Eule. Das heißt, irgendwo muss hier auch eine... Eine Sache schon. Naja, wisst schon, was ich meine. Mir fällt es gerade nicht ein. So, was ich hier auch... ... ... ... ... ... Die Musik ist schön. Ach, da oben ist ja einer. Schüler in Gefahr. Hm. Eh? Okay. Entschuldigung. Immer her damit. Keine Münzen? Okay. Oh. Aha. Oh, der hinkt. Okay. Bin ich ja mal gespannt, was... Ein anderer Zauber kann das ja eigentlich nicht. Okay, gehen wir wieder raus. So. Geist. Wohin? Da. Okay. Na. Gehst du da weg? Okay. Okay. Ich hab grad wieder... Okay, Parselsprache. Aber ich weiß grad überhaupt nicht mehr, was in der Folge so... Was auf uns zukommen könnte. Ach, guck mal hier. Kreis. Okay. Ah ja. Jetzt. Na, okay. Okay, mehr erzählt uns die Schlange auch nicht. Okay, wir sind wohl in diesen Slytherin Eingang. Okay, also einsammeln ist eigentlich immer besser vorher, weil das eine da mit dem Zauber... ...haben wir jetzt natürlich irgendwie so ein bisschen verkackt. Was wir die jetzt nicht einsammeln konnten? Ich hing grad fest. Okay. Können wir nicht... ...komm mal nicht rein. ...komm mal nicht rein. Okay. Wieder raus. ...komm mal nicht rein. Ach. Ist das nicht irgendwie... ...wo wir da irgendwie... ...unzern Trank machen? ...und uns in die verwandeln oder so? Oh. Äh, ja, siehste. Oh. So. Dieses Gemälde wird nur auf ein Mitglied des Hufflepuffhauses reagieren. ...komm mal nicht rein. Okay. 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 Oh. 1 und 5. 2 von 5. Ach hey Mini, wo ist der denn hingeflogen? 3 von 5. 4 von 5. Oh. Okay. Okay. So. Ja, die Kirche können wir schon mal mitnehmen. Ups. 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 So. Vier von fünf. Na, hier sind Haare. Zack. Was ist denn das wirklich immer mit anvisieren, damit man. Auch alles trifft, was man irgendwie. Jetzt fehlt noch ein Apfel. Ich glaube, so schießtechnisch haben wir ja jetzt irgendwie. Ah, ja. Na, nur. Warte mal. Jetzt den Winkel. So, jetzt müssen wir aber, glaube ich, alles haben. Na. Hüpf. Justin Finch. Fletch. Fletch. Ich kann es nicht aussprechen. So. Trinken. 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 Okay. Ja. Und? Ta-ta-ta-ta. Viel Safttrank. Okay. Okay. Wir können jetzt den Vielsafttrank. So. Haben wir noch Bilder, wo wir winken können mit der Verkleidung? Oh, ich glaube, der randt zum ersten Mal weg. Ups. Achso. Nein. Nicht das. Hier. Ha-ha. Endlich. Oh, da will er gar nicht lang. Ach stimmt, wir müssen ja da wieder. Okay. Wo bleibt er? Ach, guck er. Ne? Okay. Tor. Nein, schmeißt doch nicht alles runter. Okay, Crab und Gäuel. Okay. Okay. Aber was wir mit Crab und Gäuel machen, das werden wir in einer neuen Folge sehen. Ich hoffe, das hat euch gefallen und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder bei Harry Potter Lego mit eurer Inga Lienchen. Bis dann. Tschö.